Mein Name ist Maria Theresia Kölbl. Ich habe sehr viel Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit, vor allem im katholischen Bereich. Ich habe da viel Kinder- und Jugendarbeit und Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche gemacht. In einer Gesellschaft im Krisenmodus werden Entscheidungen oft von oben nach unten getroffen. Das erschwert Partizipation in vielen Fällen. Gerade in einer Pandemiesituation, in einer Krisensituation ergibt es manchmal Sinn, dass Entscheidungen von oben nach unten getroffen werden. Umso wichtiger ist es dabei aber, diese Entscheidungen zu erklären, die Gesellschaft mitzunehmen. Und ich fordere, dass noch mehr in Demokratiebildung und Partizipation investiert wird. Denn nur wenn alle mitreden können, können auch gute Entscheidungen für alle getroffen werden. Ich glaube, Kinder und Jugendliche mussten schon immer Resilienz entwickeln, sowohl bei Problemen in der Familie als auch in der Gesellschaft. Durch die mediale Präsenz werden gesellschaftliche Probleme oft präsenter für Kinder und Jugendliche. Umso wichtiger ist, dass sie dabei gut begleitet werden, sowohl von den Familien, von den Eltern, von den Bezugspersonen, aber auch von ausgebildetem pädagogischem Personal. Deswegen fordere ich, dass die sozialen Einrichtungen noch mehr von pädagogischem Personal haben, um auch Kinder und Jugendliche gut begleiten zu können. Ich glaube nicht, dass ein verpflichtendes soziales Jahr wieder dazu führen würde, dass die Gesellschaft wieder mehr zusammenrückt. Da gibt es viel zu viele andere Probleme, die da mit rein spielen. Viel notwendiger wäre es, in die freiwilligen Dienste zu investieren und dafür zu sorgen, dass junge Erwachsene die Möglichkeit haben, sich ein Jahr für Orientierung und soziale Dienste zu nehmen. Deswegen fordere ich, dass die freiwilligen Dienste weiter ausgebaut werden und nicht gekürzt werden und dass Kinder und Jugendliche nicht verpflichtet werden, das aufzuholen, was die Gesellschaft nicht leisten kann. Wenn Ear� einfach nicht besser, würde sagten, dass die Organisation nicht mehr